Aber das Ding ist halt einfach, also wir können ja mal wirklich rauszoomen in den Märkten. Genau, das wollte ich sowieso nochmal mit euch machen. Schauen wir uns einfach mal dann Bitcoin an. Machen wir mal das ganze Chartanalyse gedönt sich mal aus. So, weil ja auch viele gesagt haben, ja hier, das ist so Katastrophe. Und das wird nie wieder was. Oder das ist tot. Hier, um das einfach nochmal zu vergleichen. Nehmen wir uns mal das Lineal. Also wir haben hier, da sind wir gerade, schöner Preis, ne? 1.000 Dollar und dann sind wir dann nochmal auf 176 gefallen bis 2015. Eigentlich noch gar nicht so krass lange her, ne? Also was das für eine prozentuale Entwicklung ist, das ist Wahnsinn. Jedenfalls haben wir einen Absturz beim Bitcoin gehabt von sage und schreibe 86%. 86,77%. Und bam. Dann haben wir das Alltime High um Längen geschlagen. Gleiches hat sich nochmal wiederholt. Wir haben auch hier vom Top ein Absturz von 84,11% beim Bitcoin. Und das auch hier über einen verdammt langen Zeitraum. Also hier haben wir das auch nochmal fast unterschritten. Das ist vollkommen normal, dass solche Zyklen so lange dauern. Schauen wir mal weiter. Auch das sieht natürlich erstmal übel heftig aus. Und hier haben wir einen Absturz von 77,74%. Also wenn wir den Zyklen trauen, ist tatsächlich auf jeden Fall noch nicht unbedingt der Boden drin. Dann ist da noch einiges möglich. Also gehen wir mal von den 84 bis 86% aus. Machen wir mal die Mitte. Was wir sonst in den Zyklen hatten, 85%. Dann wären wir bei rund 10.000 Dollar. Also das ist auf jeden Fall noch möglich. Das halte ich nicht für unwahrscheinlich. Und auch dann ist noch vollkommen alles in Ordnung. Das ist hier beim Bitcoin im Kryptomarkt völlig normal, dass wir so starke Korrekturen. Und das auch in einem Zeitraum von ein, zwei Jahren sehen können. Und das kann, wie gesagt, ja, das kann auf jeden Fall dann so laufen, dass wir dann hier nochmal hin eiern, da ein bisschen rumdümpeln, den Rest nochmal rausschmeißen und dann, bam, dann geht es wieder drüber. Das sind mögliche Szenarien. Also das ist absolut nicht schlimm oder absolut oder nichts Unnormales, dass wir hier so einen derartigen Absturz hier nochmal gesehen haben. Absolut nicht schlimm. Absolut nicht schlimm.